Aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 19, die Verse 1 bis 3, 13 bis 18 und 33, 34. Und der Herr redete mit Mose und sprach, Rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen, Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Ein jeder fürchte seine Mutter und seinen Vater. Haltet meine Feiertage, ich bin der Herr, euer Gott. Du sollst deinen Nächsten nicht bedrücken noch berauben. Es soll des Tagelöhners Lohn nicht bei dir bleiben bis zum Morgen. Du sollst dem Tauben nicht fluchen und sollst vor dem Blinden kein Hindernis legen, denn du sollst dich vor deinem Gott fürchten, ich bin der Herr. Du sollst nicht Unrecht handeln im Gericht. Du sollst den Geringen nicht vorziehen, aber auch den Großen nicht begünstigen, sondern du sollst deinen Nächsten recht richten. Du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Du sollst auch nicht auftreten gegen deines Nächsten leben. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurecht weisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Du sollst dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volkes. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch, und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der Herr, euer Gott. Drittes Buch Mose, Kapitel 19, Vers 1-3, 13-18 und 33-34 aus der Lutherbibel von 2017 der Deutschen Bibelgesellschaft. Gelesen von Helga Heinold.